So, let's go ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Doom 3, hä? Bin ich hier richtig? Oh ja, ich bin hier richtig. Frachttunnel. Oh, oh. Okay, okay, okay. Oh. Betruger! Nein! Oh! Na! Okay. Oh, oh. Oh, zum Glück ist hier zu. Ah, wieso läuf ich mit so einer Kackwaffe rum? Das ist... Ah, das ist gar nicht cool. Oh, das ist nicht cool. Oh, das ist nicht cool. Oh, oh. Oh, mein Gott. Okay, okay, okay. Ha, das ist gut. So, das heißt... Und... Sayonara. Los. Klappe öffnet. Lalalalalala. Lalalalalala. What the hell? Einen Schuss? Oh mein Gott, der hat einen Stiedel. Ha! Ha! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Gott, 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 mein Gott Los. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das ist nicht cool. Nein, 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 nein. Oh. So. Wir haben noch mehr. Ist abgenudelt. Abge... Oh, oh. Ist irgendwas? Nö. What the fuck? Heiliger. Okay, das ist so unerwartet. Das ist so unerwartet. Oh, Mann. Oh, Mann. Der war echt nicht schlecht. Heiliger. Der war sogar echt gut. Oh, der war echt nicht schlecht. Oh, oh. Oh, nein. Okay. Wisst ihr was? Wir machen so. Wir machen so. Komm her, Bitch. Ein Schuss, tot. Komm her. Ah, 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 ah. Oh, tot. Ah, tot. Oh, oh. Wie? Hä? Hä? Los, los, los. Äh. Stirb. Ha, 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 ha. Warst du schon? So schnell. Oh, Mann. Das war ja langweilig. Kommt schon irgendwas. Oder auch nicht. Wa? Na. Ah. Hallo? Gib mir die Waffe. Die Waffe ist cool. Oh, nein. Das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Los, stirb, stirb. Was zum Teufel? Okay. Habt ihr das gehört? Die Musik ist auf einmal... Boop. Aus. Sofort aus. Okay, das ist nicht cool. Oh, das ist gar nicht cool. Oh, das ist überhaupt nicht cool. Und es laggt. Lag ist ein Zeichen des... Ah, 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 ah. Starten, abschalten. Oh, Mann. Okay. Wisst ihr was? Okay. Wir speichern. Wir speichern. Ja, wir speichern. Speichern ist immer cool. So. Okay. Dann starten wir mal. Warnung. Abschaltsequenz. Lebenserhaltung. An das Personal. Phobos Labore. Unverzüglich Evakuierung. Es gilt Evakuierung. Okay. Suchen Sie die Sicherheitsaufsicht auf, wenn Sie Hilfe brauchen. Äh. Ah. Achtung. An das Phobos Personal. Halt die Klappe. Abschaltsequenz. Lebenserhaltungssystem. An das Personal. Oh. Cool. Oh. Hey. Irgendwo war ich mal. Stimmt, da hinten mach ich. Los. Lauf. 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 Hey, cool. Lop. Ah. Ich kann rüber. Ja. Achtung. Achtung. Anges. Achtung. 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 Wo muss er wo die Rückkehr her? Was zum Teufel, was? Oh, oh. Oh mein Gott. Wieso muss das? Was? Ja. Marine. Ja. Marine. Ja. Ja. Okay. Okay. Oh mein Gott. Na toll. 20 Grad. Und. Komm her. Oh, das ist nicht cool. Oh, das ist gar nicht cool. Oh, komm her. Boop. Und. Boop. Hahaha. Und. Und. Boop. Hahaha. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist pretty uncool. Komm her. Komm her. Ja. Nein. Okay. Was muss ich jetzt überhaupt machen? Was muss ich überhaupt machen? Ich muss hier fahren, oder? Ich muss damit jetzt fahren. Okay. Äh. Wie jetzt? Hä? Hä? Da kommt ein Viech. Da kommt ein Viech und ich höre es. Oh, oh. Okay. Gut. Wir machen ein Deal. Ich gebe dir jetzt einen Shot. Und du? Ah. Stirb. Stirb. Ja. Gut. Brav. So, was muss ich jetzt machen? Kann mir jemand sagen, was ich machen muss? Ja, ich meine. Ich weiß, was muss ich jetzt machen? Kann mir das mal jemand sagen? Ah. Ach, komm, oder? Ich bin nicht dein blöder Ernst. Ah. Okay. Also. Vielleicht muss ich hier hin. Ja. Los. Stirb. 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 Oh, nicht gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Tschüss, 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 tschüss. Hey, 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 hey. Willst du mich verarsch? Verarsch? Komm her. Ha. Was willst du? Ha? Ah, ja, ja, ha. Komm her. Ha, 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 ha. Stirb. War's das? Oder kommt noch was? Oh nein. Ich schon wieder so ein Viech. Ah, bitte. Oh, zu langsam. In your face. Okay. Ah. So. Na. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf. Stirb. Stirb. Oh nein, 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 nein. Nicht gut. Ja, das ist nie cool. Nicht cool. Nicht cool. Na. Okay. Na. So. Was? So. Wo, wo muss ich denn jetzt hin? Ich hab doch keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiß nur, dass hier eine Leiche ist. Aber mehr weiß ich auch nicht. Muss ich hier hin? Oh, Mann. Wie gibt die mit Hilfe des Experimental? Oh, ich muss da. Ich muss da hin. Oh mein Gott. Yeah. Ha, ha. Oh, oh. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay. Wisst ihr was? Ja. Das ist pretty cool. So. Und jetzt? Lauf. In your face. Und. In your face. Gut. So. Ja, ja, da kommt jetzt auch ein Viech. In your face. Gut. Schön. Okay, 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 okay. Wie, noch eins? Oh, komm, ey. Nee, oder? Mein Gott. So. Oh, ho, ho, ho. Okay. Oh, nein, 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 nein. Ey. Nein. Oh, Mann, ey. Scan-Vorgang. Delta-Komplex. Oh, mein Gott. Hey. Oh. What? Okay. Oh, nein. Oh, nein. Nicht gut. Oh, nein. Nein, 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 nein. Wieso was? Wir machen hier das. Taktische Richtung in your ass. So. Okay. So. Los. Oh, nein. Hier nicht schon wieder der Hüllenschlund. Oh, oh. Oh, mein Gott. Okay. Delta-Labor. Unbekannt. Oh, mein Gott. Nein, auf. Oh, was? Der Teufel. Hey, hey, hey. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Kenne ich das? Irgendwoher? Soll ich das kennen? Vielleicht? Oh. Oh, Gott. Da ist die BFG. Willkommen zu deinem Tod. Was? Nein. Nein. Okay, okay. Warte, 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 warte. Warte, warte. Wie wäre es, wenn ich das Ding kriege? So. So. Und jetzt. In your face. Und wie wäre es mit... Warte, da kommen noch andere Viecher. Na, super. Okay. Ganz toll. So. Habt ihr das gehört? Da ist irgendeine... Oh, Hell Knight. Hallo. Grüß dich. Grüße dich. Äh. Aha. Oh, mein Gott. Sollte mich ausrüsten. Okay. Hab mich ausgerüstet. Oh, oh. Was? Was? Wie jetzt? Alter. Ey, du lässt mich jetzt hier nicht eingesperrt, oder? Ähm. Oh, oh. Hey, hey, hey. Wie jetzt? Wie jetzt? Hä? Oh, mein Gott. Oh, ich mag das nicht. Okay, wisst ihr was? Wir machen das hier. Hier fühle ich mich einfach allgemein... Ja, ja, ja. Komm her. Komm her, lass mich in Ruhe. Alter, was sind das für Viecher? Was sind das für komische Zombies? Das sind voll komisch. Grüß dich. Alter, das kommt mir voll bekannt vor. Das kommt mir richtig bekannt vor. Das war vom Turm, ne? Also, man kann mir vieles erzählen, oder? Ja, ja, komm. Das ist gut. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, natürlich. Oh, nein, nein. Okay. Taktischer Rückzug und... In your face. Und wir laufen. What the fuck? Heiliger. Oh. Okay. Hey, wie? Wie jetzt? Wie, wie, wie? Hä? Wie jetzt? Was soll das? Was soll das? Hey, was soll das? Wo bin ich? Alter, warum bin ich in diesem... Warum? Moment, ich kenn den Raum. Ich kenn den Raum, ich kenn den Raum, ich kenn den Raum. Das war das mit dem Voodoo-Puppen beim originalen Doom, ne? Okay, okay. Okay, bevor ich jetzt hier rausgehe, machen wir Pause. Okay, das ist mir zu lang. Das ist mir zu hart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal bei Doom 3 BFG-Edition Resurrection of Evil dabei seid. Mein Name ist Ben und ich sage für heute, auf Wiedersehen. Tschüssi!